Das absolut berühmte robot unicorn attack click to play dude z und x beziehungsweise ich weiß nicht wie das wie das ist mit der deutschen tastatur probier es mal aus ja ich wird sehen ich glaube es ist Y oder ne es ist glaube ich Z Z Z alles klar Jooo ich war so mies in diesem game es ist awesome es ist so toll it's my dream it's my dream fuck you ja scheiß Sterne ja echt mal fuck you I get in your face I hit your face you mother fucker you can't beat me fuck you fucking stars my head hurts aim for the stars it's too bad I'm minor taste the rainbow mother fucker Dich da eine Care Bear Version von ja das wieder ziemlich cool wir müssen dann Ever Ich muss noch mal die Metal-Version probieren, ganz kurz. Ja. Da will ich mal für. Du hast noch drei Ponys. Oh Gott. Oh, jetzt habe ich nur noch zwei. Das war kacke. Zwei Ponys. Das war ultra scheiße. Okay, wo fangen wir an? Hier oben, da und natürlich da oben. Was wollen wir machen? Alle Enemies, äh, dem Erdboden gleich. Ach doch, so komplex. Ich dachte, das Spiel wäre ein taktischer Shooter. Ja, das ist auch taktisch. Ja, dann zeig mal. Pass auf, pass auf. Das geilste an diesem Ding hier ist, du kannst, du kannst Stephen Hawking imitieren. Was? Ähm. Fail for the King Baby. Yes! Das ist geil. Ja, das ist schön. So, jetzt lauf ich hier rum und schau mal, was ich mache. Du bist so ein... Ich bin ein Elite-Kämpfer. Ja, du bist ein Elite-Kämpfer. Okay. Der ist im Moment noch unermit leichter. So. Oh. Hast du gehört, dass er sogar ruhig kann? Ja, das heißt, jeder weiß jetzt, dass du da bist. Ja. Oh! Ist er tot? Ich, ich, ich denke nicht. Ich muss ein Konfirmation-Face machen. Nein! Oh! Also... Keine Muni mehr. Oh! Du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass der eine Waffe hatte. Da! Das ist ein Airsoft-Dick, war's so? Ja, ich meine, hallo! Das ist wahrscheinlich... Oh Gott! Ich nehme jetzt mal ein anderes Lowdown. Bist du sicher, dass das das richtige Bio-Labor ist? Und nicht... Nicht der... Das bringt's sicher. Was hab ich noch? Eine schallgedampfte Pistole. Ja, das wird gut funktionieren. Wahrscheinlich dein... Dein... Dein Commander? Ja, der hat ja gesagt... Der hat dir dieses Gewehr gegeben und sagt... Ähm... Dude! Äh... Halt ein Pisser! Hat ihr das Gewehr gegeben und hat gesagt... Ich bin schon vier Glück. Clearen sie diese... Clearen sie das Parkhaus. Äh... Ich, äh... Sorry, ich... Ich kann nur mit einer Maschinenpistole umgehen. Sie werden tun, was ich ihnen gesagt habe. Es steht ihnen immer. Oh, es war traag. Clearen die Building. Jetzt mach ich echt keinen Gefangenen mehr, ehrlich. Nee. So... Ich glaub den haste. Sicher? Ich gucke mal. Ja. Ja. Ich darf hier hinten mal lang. Nicht, dass die mich hier dann doch... What was that? Ich glaub da ist jemand. Ach Gott, du hast mich verjagt, Junge. Musst du aufhören, Leute zu erschrecken. Du hast mich auch erschreckt. Du hast mich erschreckt und du hast mich erschreckt und du hast mich erschreckt. Und du hast mich erschreckt. So. Das ist... Gut. Das kommt so in den Einsatzreport. Ja. Es hat mich fünf Terroristen am Stück erschreckt. Man wurde aufgehalten. Sorry. Was haben die eigentlich für Klamotten an? Äh... Tarn-Klamotten. 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 Nein, nein, nein! Oh, sch... Ähm... Bist du sicher... Bist du sicher, dass du nicht vielleicht doch Stephen Hawking spielst? In dem... In dem Spiel? Weiter. Einfach! Okay, okay, ist ja gut! Hä, ich hab Stephen Hawking gehen. Was ist es für normale Geschwindigkeit? Ähh... 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 Ist das der... Ähm... Ist das der höchste Schwierigkeitsgrad? Stephen Hawking Mode. Ähh... 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 Bist du aber. Ich kann doch die feiltasten mitmachen, um mich nach rechts und links zu bewegen. Warte! Ich bin jetzt nicht die Maus mehr. Tarn-Nää... Ne... Ne... Ne, das ist Folter, ehrlich. Wieso, das Level ist doch ganz kurz dann. Wenn du das so machst. Das ist eher sehr groß für mich. Komm hier, du Pisser! Guck mal, ich hab doch Granaten oder sowas. Warte mal kurz. Bleiben sie stehen. Lassen wir mal gucken jetzt. Okay, das wird jetzt alle Gegner aufmerksam gemacht. Ja. Du bist safe. Du bist safe. Du bist safe. Okay. Das ist die Stephen Hawking-Origin-Story oder was? Nein. Ja. Ich bin jetzt hier der Operative Commander. Ich mach jetzt hier nur mit der. Ja gut, jetzt ownst du alles. Ich hab auch nur zwei Magazine für das Ding. Alright, das ist Pyongyang Racer. Äh. Go now. Muss auf Go now klicken. Oh. Also pass auf. Das ist das erste und wahrscheinlich einzige nordkoreanische Computerspiel. Ohne Scheiß. Das irgendwann mal im Internet gelandet ist. Mit dem man beweisen wollte, hey wir können Computerspiele basteln und zwar nicht zu knapp. Oh. Oh. Das heißt, das ist richtig episch. Das wird episch. Ja. Wahrscheinlich musst du irgendwie Amerikaner irgendwie, äh, weiß nicht, böse Schimpfworte zu rufen oder weiß nicht genau. Machen wir auf Go now. Ist das koreanisch? Was heißt das? Go, Go now. Das spricht man Go now aus. Und wo geht das hin? Nach Pyongyang. Okay, ich hab einen Honk. Du hast einen Honk. Was mach ich mit einem Honk? Ich bin der Honk. Du bist der Honk? Ja. Du, du spielst den Honk. Ich bin der Live Honk. Gut, alles klar. So. Jetzt musst du, was musst du machen? Du musst irgendwie, äh, äh... Ich hab keine Ahnung, es interessiert mich nicht. Wieso, wieso, wieso startet das nicht? Jetzt geht's los. Hier, das ist... Nee, du, nee, nicht, nicht, nicht W, W, S, D, sondern, äh, Pfeiltasten. Ah, das fährt nicht! Pfeiltasten. Oh, sag mal. Yes. Alter. Wo bin ich? Wo sind wir denn? Und da ist kein Schwanz auf den Straßen. Hier ist 80. 80. Wie viel fährst du? Ich hab keine Ahnung. Warum auch? Wahrscheinlich hat er ein Tempomat. Brauch ich ja auch nicht. Drive straight on. Don't stare at me. I'm on duty. Ei, ei, ei. Okay. Aber du hast... Du bist immerhin über eine gefährliche... ...Oildrum rübergefahren. Also du schüttest Rohöl in dein... ... in dein Kraftfahrzeug rein. Juhuu! Oh, es ist so realistisch. Da gibt's tatsächlich ein Auto. Ich glaub's noch nicht. Also, für alle, die es nicht wissen, in Pyongyang ist tatsächlich wenig Verkehr. Huiiii! Aber es gibt Straßen, auf denen irgendwie 15 Straßen nebenher fahren können. Drei Spurig. Achtung, Achtung. Honk. Ich bin Honk. Honkidonk, man. Ich bin Honk. Ich bin Honk. Ja. Honk, Honk, Honk. Also, das ist jetzt der Zweispieler-Modus. Der Zweispiel. Ich bin der Einer, der Honk, und der Einer, der Fahrer. So. Ich glaub, du musst irgendwas einsammeln, irgendwas sehen, irgendwas machen. Oder du musst aber noch im Kreis fahren. Ich seh aber nix. Ehhh, ja. Kann das sein, dass Pyongyang ziemlich groß ist? Pyongyang ist in der Tat, glaub ich, nicht sonderlich klein, ja. Ihr seid die Hauptstadt der nordkoreanischen Volksrepublik. Ja, das halte ich für ein Gericht. Ja. In Wirklichkeit ist das nämlich was anderes. Ne, aber wirklich mehr. Ich glaub, das ist da vorne, das ist irgend so'n, 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 so'n Ding. So'n Stadion, kann man das sagen? Ein Stadion? Stadion. Ist das damals für Stalin gebaut worden? Oh, guck mal. Was ist das denn? You are sledding in your nation. Und der, was ist da hinten dran? Da ist der Kaiser. Der Kaiser von Nordkorea. Oder wie er heißt. Was haben die da grade geschrieben? Ah, ich hab's weggehoopt. Ohne den... Es ist wie in Paris, nur ohne Verkehr. Stand doch da grade. Weißt? Ja. Also, wie in Paris, ohne Cafés, ohne Verkehr, ohne Leute. Ohne, ohne Musik, ohne... Ohne Paris, praktisch. Ja. Es ist Paris ohne Paris. Ja. Aber irgendwie ist das total scheiße. Ja, ich will zumindest... So muss die ganzen Platten dauern da. Ist das nicht schön? Das ist DDR-Romantik. Ich bin mit sowas groß geworden. Das ist das Beste. Ja. Es ist... Da jetzt schneid den Bus ganz gefährlich so. Das ist nur USA-Bus. Hast du gesehen? Fuck you! Nee, da kommt aus London. Da war aber ne USA-Flagge drauf. Siehste? Echt? Ja. Oh, das Bitch! Kann man hier aussteigen wie bei GTA? Aussteiger mit den... Yes! Stop for bad driving. Okidoki. Der Cat-Simulator, der die Referenz ist für alle anderen Cat-Simulatoren. Cat-Lateral Damage. Cat-Lateral Damage, wie auch immer. Die Demo-Version, die Organe kostet wahrscheinlich richtig Kohle. Jetzt geht's los. How to play? Ach, don't be a pussy! Spiel halt! Das war der Joke des Tages, ehrlich. Jetzt! Crouch. Als Katze vor allem. So, ok. Play los geht's. Was müssen wir machen? Wir müssen Scheiß umschubsen. Bedroom 1, Bedroom 2, Litterbox. Das ist wahrscheinlich Sandbox oder irgendein Krams. Gehen wir in Bedroom 1. Was müssen wir machen? Get. Ein... Ein Kissen, ein Schuh, ein Zeug, ein Krams und ne Tür. Ok. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Ich schub's einfach alles runter. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Ok, das könnte tatsächlich so sein. Gibt's irgendwie sowas wie Punkte oder so? Ja, ich mein... Achso, das sind die Sachen, für die ich Punkte kriege. Jetzt versteh ich's. Siehste? Oh ja. Ich muss ja auch mal... Ich hab noch zwei Minuten für den ganzen Scheiß hier. Kannst du springen, springen! Ja, ich springe noch. Oh Gott, du bist ja eine schlechte Katze. Miau! Buah! Miau! Also das ist hier... Das ist ein Folter hier. Was... Hä? Was muss ich machen? Ich mein, ich seh da gar nichts von. Crouch! Crouch, you pussy! Ach hier, pass auf. Jetzt hab ich's. Drei. Ist mir egal. Oh, das war ne Kombo! Das war ne Kombo! Links-Rechts-Kombo! Crouch! 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 Okay. Katzen, wenn sie... Crouch! 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 Ja, roll auf, roll auf, roll auf, roll auf, alles weg, alles raus, alles raus, alles raus, 32, 30, 31, oh, 2 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde, oh mein Gott, so slow-mo-fail, ne, pass auf, ein Replay, ich kann mir ein Replay anschauen, tatsächlich, get 100 Objects, was, warum mach ich doch, 100 Objects, ne, pass auf, ich nehm mal was anderes, ich mach mal, ich mach mal, ich mach mal, ich mach mal Beton 2, 10.000 Points, ja, das mach ich doch, scheiß hier, scheiß Pflanze, scheiß Bett, scheiß überhaupt, scheiß Katzen, scheiß, ja, was ist das denn, wer hat denn hier gegessen, hab ich aufgeräumt, hier, runter damit, alter, ich bin die aggressivste Katze der Welt, ich bin so das Gegenteil von Garfield, runter hier, Essstäbchen, wo sind wir denn, ja, die Essstäbchen, vernichte sie, kann ich hier raus, ich will raus, ich will raus hier, Du musst weiter, du musst weiter, die Bücher, du hast die Bücher vergessen, was sind für Bücher, da waren Bücher, Bücher, äh, hoch, hoch, okay, das war schlecht, hoch, oh je, der, 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 der Fernseher mit, mit dem Nintendo, Atari, irgendwas, ja, du musst den Fernseher jetzt vernichten, runter, runter, im Game aus dem Weg, du, dämliches Ding, du, hier, scheiß DVD, ist weg damit, Samsung, oh ja, oh ja, oh ja, oh, das hat Punkte gegeben, das ist gerade deine Punkte vervierfacht, Mit dem Fernseher, was echt? Ja, kack die Wand an, du, hier, Nintendo, wir brauchen so keinen Müll, das waren auch tausend Punkte, ja, oh, Nintendo Controller, oh, schade, kaputt, wo, der ist hier, Ben Stiller, weg damit, so, können wir hier hoch, Oh je, ich bin nicht so die, ich bin nicht die beste Katze, das steigert nur deine Wut, ich kann aber, ich kann aber aus dem Stand einen Meter hoch springen, das nicht steigt, weg, weg, Oh, das ist vernichten, Mega-Kombo, Deadly-Kombo, God-Live, Killtastic, Triple-Kill, Monster-Kill, Cat-Tastic, Katimancharo, weg da, Beds, raus, ihr Scheiß, Katimancharo, was ist das für euer Leser, den Bonsai, den Bonsai, vernichte den Bonsai, Ja, auf jeden, Ah, fuck yeah, der Müll, einmal, ja, okay, den Bonsai, den Bonsai, komm, 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 Links, punch him, punch him, okay, die Dinger da oben, Ja, da musst du hin, komm, hier ist noch viel mehr, hier ist noch mehr Scheiß, Du hast nicht mehr viel Zeit, die Holzschuhe, warte, die Holzschuhe müssen noch weg, der Scheiß, Oh, hier, jetzt hier, die Enzyklopädie, die muss weg, Wikipedia, das ist das, was du heute brauchst, Weg damit, weg, Holzschuhe, Weiß halt, das ist was für Menschen, Oh, da oben ist noch Nintendo, Was, da oben, kommen wir da noch hoch? Ja, das gibt tausend Punkte, Oh, 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 Weg damit, ja, Super Nintendo, wer bespielt denn so einen Scheiß? Runter, 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 Roboter hier, Du failst so hart, Fuck you, Ich hab, ich hab das Zimmer ziemlich verwüstet, Oh, das war gar nichts, Oh, Mann, So, jetzt wird bewiesen, wie sehr Musik Einfluss auf den Erfolg in einem Computerspiel hat, Bitte, zeig es uns, Philipp, Ich bin sehr neuerlich, Ja, ich werde es demonstrieren, Ja, ein Board, Können wir was anderes machen? Hä? Mir ist langweilig, Jetzt geht es in Oslo, Oh, 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 Fuck it, Fuck it, oh yes oh yeah fuck you Satan yeah all right yeah motherfucker good yeah yo eat it I'm gonna smack your head in with my head oh fuck damn fuck fuck fucking fairies oh nooo my face yes 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 fuck yeah 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 oh oh the pain the pain I like the pain okay es reicht ok 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 ich bin am Ende ah ah genug für dieses Mal viel Geld beim nächsten Mal cheerio fuck off ja schönen Tag noch ja warum hat man mit der Pistole kein Fadenkreuz ich kann es brauche ich mach so hin Lisa das ja du das Untertitelung des ZDF, 2020